Wie man in der Gastronomie Gewinn erzielt, ist ein Handbuch für mehr Gäste, mehr Umsatz und weniger Kosten. Dieser Ratgeber ist speziell für Gastronomen, die ein Café, ein Restaurant, einen Imbiss, eine Bar, einen Foodtruck oder ein Gasthaus betreiben. Darin findest du einfache Anleitungen, wie du deinen Betrieb erfolgreich führen kannst. Zahlreiche Beispiele und Muster helfen dir bei der praktischen Umsetzung. Beim Lesen dieses Bestsellers wirst du wahrscheinlich viele Ideen haben. Damit du sie nicht vergisst, kannst du sie direkt in die Ausfüllfelder eintragen. Dieser Ratgeber gibt dir einfache, aber genauso wirksame Erfolgsrezepte zur Gästegewinnung oder zur Umsatzsteigerung. Die Infos in diesem Handbuch sind Erfahrungen, auf denen du weiter aufbauen kannst. Seriöse Forschungsergebnisse von Top-Universitäten wie zum Beispiel Stanford oder Cornell bieten eine solide Grundlage zur erfolgreichen Vermarktung deines Betriebes. Du kannst jetzt Strategien zur Umsatzsteigerung einsetzen, die durch wissenschaftliche Studien belegt sind. Wir sprechen hier also nicht nur von Ideen, die vielleicht funktionieren, sondern von Methoden, die erprobt wurden, positive Resultate erzeugt haben und die du selber nachmachen kannst. Ein paar Beispiele. Wie Artikel auf der Karte präsentiert wurden und der Umsatz dadurch um 4,1% gesteigert wurde. Wie die Hervorhebung einzelner Gerichte eine Absatzsteigerung von 13 bis 20% erzielte. Wie der Speisenabsatz durch spezielle Produktbeschreibungen um 27% gesteigert wurde. Wie eine bestimmte Art von Hintergrundmusik den Getränkeabsatz um 40% erhöhte. Mit welcher Produktempfehlung eine Absatzsteigerung von 69% erzielt wurde. Mit welcher Empfehlungstechnik der Umsatz eines Gerichtes beinahe versiebenfacht wurde. Auf kompakten 343 Seiten bekommst du auch noch wichtige Grundlagen zu den Bereichen Kalkulation, Marketing und Controlling. Wie man gewinnbringende Preise kalkuliert, wie man den Personalbedarf berechnet, wie Preise auf der Karte günstiger wirken, wie man durch ein Alleinstellungsmerkmal einzigartig wird, wie man mit dem 80-20 Prinzip verborgene Gewinnpotenziale entdeckt, wie man profitabel Upselling betreibt, wie man systematisch Stammgäste aufbaut, wie man kostspieligen Schwund in der Gastronomie kontrolliert und reduziert, wie man eine einfache Standkontrolle bei Getränken durchführt, durch welche neuen Sicherheitslücken zahllose Gastronomen betrogen werden und wie man sich davor schützen kann. Damit die Umsetzung leichter von der Hand geht, kannst du auch noch sieben Excel-Vorlagen downloaden. Die Aufschlagskalkulation, der Aufbau einer E-Mail-Liste, die gewinnorientierte Kalkulation, der Lifetime-Value eines Stammgastes, die Rezepturvorlage, der Schwundcheck und die Standkontrolle. Viele Gastronomen haben in diesem Handbuch genau die Hilfe gefunden, die sie lange gesucht haben. Dennis Burghardt betreibt das Sunny Side Up in Frankfurt und schreibt in seiner Rezension auf Amazon sehr hilf- und lehrreich, sowohl für Anfänger, Fortgeschrittene als auch Profis. Ich habe einiges dazugelernt durch dieses Buch, deshalb auf jeden Fall zu empfehlen. Fünf Sterne. Carsten Felix von der Gartenwirtschaft, Lerchenhof in Gechingen sagt, Dieses Buch liefert sehr viele neue Ansätze und Ideen, was man im Betrieb noch verbessern kann. Danke dafür. Absolute Kaufempfehlung, auch für die, die meinen schon alles zu wissen. Kurzweilig und interessant. Fünf Sterne. Stefan Pichler, ein Gründer in der Vorbereitung, schreibt, Sehr lehrreiches Buch. Ich bedanke mich für so wertvolle Seiten, die man gelesen haben muss, wenn man erfolgreich in die Selbstständigkeit starten möchte. Fünf Sterne. So weit, so gut. Die Frage ist jetzt aber, was du tun kannst, um deinen Betrieb auf Vordermann zu bringen. Du könntest zum Beispiel einen Berater engagieren, der zu dir kommt und dir vor Ort weiterhilft. Dafür muss man etwa 5000 Euro ausgeben und nach ein paar Tagen ist der Berater dann allerdings auch wieder weg. Oder du besuchst ein Seminar, um dir Tipps und Infos zu holen. Das kostet circa 700 Euro. Und das Problem bei dem Seminar ist, dass man 70% des Gelernten nach nur 24 Stunden schon wieder vergessen hat. Das Handbuch kannst du auf Amazon ganz einfach für 59,95 Euro bestellen. Und es bleibt immer an deiner Seite. So kannst du bei Bedarf genau das nachschlagen, was du gerade wissen möchtest. Für Prime-Mitglieder ist der Versand übrigens kostenlos. Klicke jetzt auf den Link und hole dir deine Ausgabe.